Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3274 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Im Studium habe ich alles über die Gewinnung, Herstellung, Lagerung, Verarbeitung und Wirkung von Arzneimitteln gelernt. Im Studium habe ich alles über die Gewinnung, Herstellung, Lagerung, Verarbeitung und Wirkung von Arzneimitteln gelernt. Das ist die beste Pizza, die wir je gegessen haben. Dieses Restaurant müssen wir uns unbedingt merken. Das ist die beste Pizza, die wir je gegessen haben. Dieses Restaurant müssen wir uns unbedingt merken. Das ist die beste Pizza, die wir je gegessen haben. Dieses Restaurant müssen wir uns unbedingt merken. Über Nacht ist es plötzlich Winter geworden. Es gibt eine dünne Schneedecke. Über Nacht ist es plötzlich Winter geworden. Es gibt eine dünne Schneedecke. Über Nacht ist es plötzlich Winter geworden. Es gibt eine dünne Schneedecke. Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder von uns weiß genau, was zu tun ist. Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder von uns weiß genau, was zu tun ist. Meine Auswahl an verschiedenen Farbtönen wird immer größer. Wichtige Dinge schreibe ich immer in mein Notizbuch. So kann ich jederzeit darauf zurückgreifen. Wichtige Dinge schreibe ich immer in mein Notizbuch. So kann ich jederzeit darauf zurückgreifen. Das ist der Ball, den ich jetzt auf jeden Fall ins Tor schießen werde. Das ist der Ball, den ich jetzt auf jeden Fall ins Tor schießen werde. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Im Büro ist es schon so spät geworden, dass ich kaum noch die Augen offen halten kann. Im Büro ist es schon so spät geworden, dass ich kaum noch die Augen offen halten kann. Ich hoffe, der Zug ist heute pünktlich, damit ich rechtzeitig zur Arbeit komme. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Dieses historische Gebäude befindet sich in Kopenhagen in Dänemark. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Jetzt spiele ich in der Bundesliga. Was willst du von mir? Ich verstehe dich nicht. Was willst du von mir? Ich verstehe dich nicht. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Meine Frau und ich haben den Foodtrag seit einem Jahr. Das Geschäft läuft gut. Meine Frau und ich haben den Foodtrag seit einem Jahr. Das Geschäft läuft gut. Schau mal, der Affe turnt von einem Ass zum anderen. Schau mal, der Affe turnt von einem Ass zum anderen. Die Ergebnisse sind so, wie wir sie erwartet haben. Es stimmt alles überein. Willi schaut auf seine Uhr. Er hat noch 20 Minuten Zeit. Willi schaut auf seine Uhr. Er hat noch 20 Minuten Zeit. Willi schaut auf seine Uhr. Er hat noch 20 Minuten Zeit. Jetzt hast du mich verstanden. Wir werden es genau so machen. Da sind wir einer Meinung. Die Kunden verlangen immer mehr vegetarische Gerichte. Komm in unser Team. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen. Komm in unser Team. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Willi. 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 Willi.